Willkommen bei einer weiteren Folge Cinema Volante. Zu Gast heute wieder Ralf. Hi Ralf. Hallo liebe Leute! War jetzt ein Scherz, okay, hallo. Diesmal frage ich dich nicht, um welchen Film es geht. Ich sag's dir lieber, bevor du dich wieder versprichst oder irgendeinen komischen anderen Namen nennst. Heute sprechen wir über Owning Mahoney, einen Film, den du mir empfohlen hast. Wieso eigentlich? Ich fand ihn sehr eindrücklich und, was hab ich denn empfohlen? Ich meine, das ist so ein Film, wo ich schon nach zwei, drei Minuten gucken, das starke Gefühl hatte, der Film ist einfach super. So von der Musik, die gespielt wurde, die Stimmung, die sofort da war, wie der Typ also auch vorgestellt wurde, da komm ich ja gleich nochmal drauf zurück. Und das hat mir sofort den Eindruck gegeben, boah, das ist ein guter Film. Und dann hat der Film mich von Anfang an gefesselt einfach. Ich glaube, ich konnte mich auch ganz gut in seine Situation hineinversetzen. Wobei es hierbei natürlich, das darf ich schon mal vorweggreifen, um Summen geht. Ja, die natürlich aus meiner Perspektive absolut astronomisch sind. Aber kommen wir gleich noch drauf zurück. Ja, genau. Ich glaube, die Summen sind auch das einzige Extrem mit Philipps Überhoff in diesem Film. Es ist ein Film nach wahrer Begebenheit. Der berühmte Satz, der kommt in einem Film. Ja, das wahre Leben schreibt die besten Storys und so. Ja, die Phrase kennen wir alle. Aber in diesem Fall wird es mal wieder bestätigt, sage ich jetzt einfach mal so. Ja, wir können ja einmal der Inhalt, ich meine, der ist kurz und knapp erzählt. Owning Mahoney, da geht es um Mahoney. Wie heißt es mit Vornamen? Dan? Dan, ja. Und dann hat er noch einen zweiten Vornamen, an den kann ich mich jetzt gerade nicht erinnern. Also die reale Person. Achso, okay, weil der kam, glaube ich, nicht vor. Jedenfalls habe ich den dann überhört. Genau, Dan Mahoney arbeitet in einer Bank, kümmert sich, glaube ich, um mein Konto einer etwas reicheren Dame und benutzt dieses Geld dann, um zu zocken. Knipst sich immer so ein bisschen was ab und zockt ein bisschen sehr viel. Und darum geht es halt in dem Film, was soll man mehr sagen? Ja, er ist ein Typ, der spielsüchtig ist und hohe Summen unterschlägt, damit er seiner Spielsucht nachkommen kann. Und das tut er so lange, bis er überführt wird, was auch irgendwo einem Zufall geschuldet ist. Da könnte man sagen, er hat Pech gehabt. Auf der anderen Seite hat er verdammt viel Glück vorher gehabt, dass er nicht schon eher aufgelaufen ist. Und für jeden normaldenkenden Menschen war von vornherein klar, dass es irgendwie nur eine Frage der Zeit ist, bis er gecashed wird. Also bis er auffliegt sozusagen, ja. Ich persönlich hatte immer noch so ein bisschen die Hoffnung, dass er irgendwann mal so viel zusammenkriegt, so viel gewinnt, dass er seine Schulden begleichen kann und aus der Nummer rauskommt. Aber das ist natürlich ein ziemlich naiver Gedanke, denn die Frage wäre trotzdem, ob er das dann, die Gelegenheit auch genutzt hätte und er hätte wieder von vorne angefangen. Spielsucht ist halt nochmal Spielsucht, ne? Ja, und wie du es angesprochen hast eben, dass er am Ende, er hätte immer weitergespielt, wenn er nicht geschnappt worden wäre und dass er eben Glück hatte, dass er bis jetzt nicht geschnappt worden ist und dann eben doch irgendwie aber Pech hatte, kann man gleich auf das Glücksspiel übertragen. Also das Glücksspiel auf sein Leben. So hatte ich vorher nicht im Sinn, aber so wie du es jetzt erzählt hast, kam ich auf den Gedanken. Ja, das ist interessant, ja. Und das Tolle an diesem Film ist, dass, oder vielleicht auch nicht Tolle, denn ich glaube, also 80, 90 Prozent, die lesen Glücksspiel, Flipsy Mohoffman, horrende Summen, es wird nur gezockt und sich dann den Film anschauen, die werden enttäuscht sein, die meisten. Die so ein Ocean's Eleven kennen, The Gambler oder 21, weil der Film nämlich ganz anders und das nicht schlecht, aber halt nicht dieses Spiel an sich glorifiziert. Ich meine, wir sehen die ganze Zeit, sehen wir ihn am Zocken, aber wir sehen hier das Spiel selbst. Und es wird nie dieses Spannungselement des Spiels an sich genutzt, dass man jetzt sieht, so er setzt jetzt 500 auf schwarz. Wir gucken jetzt eine halbe Stunde, der dreht sich, der Roulette-Kreisel, wie heißt denn das Ding, ich weiß gar nicht. Kessel, Kessel. Der Kessel, ah, der Kessel. Und sehen dann, dass es eben dann auf rot kommt oder die Kugel landet oder dergleichen. Also es wird nie dies als Spannungselement genommen, sondern einfach runtergerattert. Auch das Casino an sich, in dem er immer spielt, in Atlantic City, so wie in Las Vegas, werden nie glorifiziert, sehen nie schick aus, wie sonst immer gezeigt wird, so diese schöne Spielhallen. Alles glänzt, alles leuchtet, Leute ohne Ende, schicke Frauen, schicke agenzielle Männer oder eben das Gegenteil, kaputte Leute, vielleicht auch mal zwischendurch. Man hört keine Musik wirklich, eigentlich sind die Zimmer immer eng und traurig und etwas klein. Und wirkt halt dann doch eher wie ein so nüchterner Dokumentarfilm, das war so mein erster Eindruck, ne? Ja, es ist so, wenn man jetzt zur Show in einen Film geht und das tut man ja auch, weil man irgendwo eine Erfahrung machen will. Ob das überhaupt möglich ist, durch einen Film eine Erfahrung zu machen, das ist nochmal eine andere Frage. Da gibt es ganz unterschiedliche Theorien, aber zumindest vermeintlich kann das, was wir sehen, was wir wahrnehmen in einem Film und so weiter, was wir vielleicht nachempfinden, dann auch eine Erfahrung sozusagen werden. Und Leute, die jetzt das Ganze schon kennen, die selber schon im Casino gespielt haben, vielleicht auch schon hohe Summen verloren haben, die diese Erfahrung schon gemacht haben, die können das natürlich vielleicht auch ganz anders oder sogar besser nachvollziehen. Und es ist die Frage, ob das mit diesem Film gelingt, diese negative Erfahrung oder das, was negativ empfunden wird, der Verlust und so weiter, für den Zuschauer rüberzubringen. Aber ich habe große Zweifel daran, dass der Aspekt der Spielsucht, der dahinter steckt, bei dem es ja gar nicht unbedingt primär darum geht, jetzt unbedingt zu gewinnen. Und der sagt das auch im Flugzeug, man gewinnt und man verliert gleichzeitig. Also, wenn es einem Spielsüchtigen, sagen wir mal, nicht darum geht, primär jetzt also irgendwie Geld zu gewinnen, dann wird das wahrscheinlich aufgrund dessen, was wir durch den Film erfahren, nicht möglich sein nachzuvollziehen. Das ist Krankheit, das ist etwas, das muss man schon selber, da muss man selber schon von betroffen sein, denke ich mal, um das verstehen zu können, sage ich jetzt mal, ja? Ja. Aber natürlich, du hast recht, wenn man in einen Film geht und man erwartet jetzt irgendwas Tolles, dass da Koffer voller Geld gewonnen werden und so weiter und so fort, ne? Um dann daran irgendwie so für eine Stunde zu partizipieren an diesem Glück und so weiter, an diesem Gefühl, dann wird man natürlich enttäuscht, da hast du ganz recht, das ist wohl wahr. Das zeigt... Genau, aber... Ja? Ja, aber umso besser ist halt dieser Film, weil er das eben nicht tut. Weil er hier wirklich einen Spielsüchtigen zeigt, der genau auch wieder passend zu dem Charakter von Philipp Simon Hoffmann gespielt übrigens, der eine super Performance abgibt. Ja, finde ich auch. Also wirklich, man schaut ihm gerne zu beim Nichtstun, wenn er da sitzt und nachdenkt, immer nach unten guckend, irgendwie so leicht unten rechts, irgendwie so einen kleinen Weg und nachdenkt ganz am Anfang, wenn er am Tisch sitzt und eingeführt wird, wenn er dieser Gedanke überspringt. Vorher hat er ja, genau, vorher hat er ja immer bei so Kleingauern sich Geld geliehen und so Sportwetten gemacht, dann kam halt dieser Trick, wo er das Geld unterschlagen kann, dieser Dame, die bei der Bank das Konto eröffnet hat mit ihrem Vater. Und dann sitzt er da am Schreibtisch und wir sehen ihn zu, wie er so überlegt. Es passiert nichts, aber man sieht keinem so gerne zu wie Philipp Simon Hoffmann, wenn er nichts tut. Weil er so gut spielt, das ist mir da nochmal aufgefallen. Und dann fasst er sich mit der Hand, fasst er sich so an seine Schulter, unter sein Hemd. Das sehe ich auch noch nicht so beim Schauspieler, wenn er sich... Das mache ich nämlich auch immer, wenn ich so nachdenke oder irgendwas ist. Und das kommt einfach so gut rüber bei ihm. Und diese Spielsucht, dass ein Mensch einfach süchtig ist und nicht aufhört, egal wie viel er gewinnt, dass es da keine Grenzen gibt. Und vielleicht ist es auch ein bisschen charakterabhängig bei Süchtigen, wie sie drauf sind, so ein bisschen introvertierter oder so ein bisschen aggressiver, explosiver. Aber er ist nur der Charakter, der keine Emotionen zeigt, ob er gewinnt, ob er verliert. Da kommt vielleicht mal so ein leichtes Lächeln, aber er freut sich nicht. Er macht weiter, es ist immer dasselbe. Was ja aber ein schönes Bild für die Sucht an sich auch ist, hier in dem Film. Dass er das alles runtergespielt wird und eben das Casino so trocken aussieht und alles eigentlich für ihn keine Bedeutung spielt, für den Süchtigen. In dem Fall jetzt Philip Seymour Hoffmann in der Figur. Es ist ja keine Figur, es ist ja eine wahre Person, also eine halbe Figur. Also ich glaube, bei solchen Begriffen wie Spielsucht, ich bin da jetzt gerade ganz, ja ... Du bist mittendrin, auch gerade im Spiel. Nein, nein, ich bin ganz locker damit umgegangen, den Begriff zu verwenden. Also fast leichtfertig habe ich diesen Begriff verwendet. Man muss mit solchen Begriffen, die Krankheiten bezeichnen, eigentlich sehr, sehr vorsichtig sein. Und meine Vermutung ist, dass es nicht die allgemeine Form einer Spielsucht gibt, dass es da auch noch Unterschiede gibt, wie du schon gesagt hast, charakterpännisch. Das meinte ich, genau. Und dann glaube ich aber auch, dass es Menschen gibt, die ohne direkt spielsüchtig zu sein, trotzdem geradezu von der Faszination gefangen werden, die solche Spiele auf sie haben, weil sie vielleicht durch andere Dinge dafür einen besonderen Draht haben. Ich sage mal, ganz doof gesagt, und da benutze ich jetzt auch wieder so einen Begriff, mit dem man vorsichtig sein sollte, wenn jemand, sagen wir mal, autistisch ist, und dann wie magisch davon angezogen wird, von diesen Zahlen, in denen er ein System sucht, aber eben keins findet und trotzdem versucht er vielleicht ständig irgendwelche Systeme abzubilden, hat Erfolg, aber dann auch wieder Misserfolg und so weiter und kann da nicht mehr davon lassen. Das ist die Faszination eines Puzzles, was endlos viele Stücke hat, so nach dem Motto. Kann man dann sagen, derjenige ist spielsüchtig? Und das ist eben die Sache, also man muss immer so ein bisschen, also man muss schon aufpassen, wie man das klassifiziert, ne? Natürlich, das war jetzt natürlich ein extremes Beispiel, das du genannt hast. Ja, aber überleg mal, wie der Typ sonst so rüberkommt. Der ist ja schon nicht mehr nur... Ja, er hat auf jeden Fall ein Bannerismen, das stimmt. Also er ist schon irgendwie, weil er auch diese, das Geld gibt er nicht aus. Er lebt, er hat das schrecklichste Auto überhaupt. Er hat eine Wohnung, die auch buchstäblich für sein Leben steht und für sein Inneres. Also da liegt bis jetzt nur das Bett, keine Möbel. Und das war übrigens ein tolles Bild, was auch die Beziehung beschreibt. Dann hat er einen schlechten Anzug, wird ja immer wieder angesprochen. Erst gerade auch am Anfang wird zwei-, dreimal erwähnt, dass er im Job aufgestiegen ist. Ihn das aber gar nicht interessiert. Also auch mehr Geld verdient, aber kauft sich auch nicht irgendwas. Oder wenn einer Geld gewinnt, dann würde er vielleicht erst mal shoppen gehen, verteilen, was trinken und solche Sachen machen und sich freuen. Und dann, ne? Und die Süchtigen gibt's ja auch, die das tun. Wahrscheinlich, ne? Also wie gesagt, immer so und so klassifiziert. Aber ich wollte eben noch auf etwas anderes, was du erwähnt hast. Genau, es gibt ja dieses Beispiel des Autisten in Form von Dustin Hoffman in dem Film Rain Man. Und den hast du auch gesehen, oder? Mit Tom Cruise. Wer kennt den nicht, den Film? Ja, wer kennt den nicht? Da haben wir ja auch noch die Stimme, die habe ich eben zum Beispiel nicht genannt. Und da wird ja auch so ein bisschen wie das Spiel an sich gezeigt und wie es funktioniert und was passiert. Und hier bei Owning Mahoney sieht man kaum den Tisch, die Würfel sieht man nicht. Man sieht eigentlich immer, die ganze Zeit bleibt die Kamera, was auch toll ist, auf Philip Simon Hoffman. Die ganze Zeit. Und wir sehen nur seine Reaktionen, die quasi bei Null sind. Ja, aber nicht nur am Tisch. Ich meine, er macht insgesamt, und daran habe ich das auch festgemacht, oder da kam ich dann auf den Gedanken des Autismus. Er hat ja auch ansonsten, kommt ja ziemlich introvert hier drüber. Ja, also man weiß jetzt nicht, hat er vielleicht weniger Emotionen, ist das so ein emotionsflacher Charakter oder drückt er die nur nicht aus? Ja, und genauso, wenn er in Stressmomenten ist, wenn er jetzt überlegt, was mache ich jetzt, was mache ich jetzt? Und dann, wie du das gerade beschrieben hast, so in einer gewissen Ruhe versunken zu sein scheint und dann darüber nachdenkt, wie so ein Schachspieler halt. Dann denkt man, boah, der Typ ist cool, selbst im größten Stress bleibt er ruhig und benutzt seinen Verstand. Ja, das finde ich ja immer auch, das finde ich toll, sowas. Aber tatsächlich wissen wir nicht, wie es in ihm brodelt. Also ich glaube auch gar nicht, ja. Aber er schaltet seinen Verstand ein, das ist wohl wahr. Und er findet auch immer eine Lösung. Also er ist jetzt nicht so, dass er dann durchdreht und verrückt wird oder so. Und dasselbe natürlich auch am Tisch, selbst wenn er hohen Summen verliert. Ja, was du sagst, also das Extrem zum Beispiel, dass er so autistische Züge hat und da gibt es ja auch mehrere Stufen von Autismus. Ja. Ich kenne mich da ehrlich gesagt nicht so aus. Kann gut sein, weil ich das schon sehr extrem in den Szenen fand, als zum Beispiel Philipp Simon Hoffmann mit seiner Freundin nach Las Vegas fährt. Dann sagte ich, geh kurz runter, um dann zu spielen und einfach nicht wiederkommt. Und ich dachte, er spielt ja die ganze Zeit. Das ist schon echt krass, weil auch sofort dann klar wird, auch der Freundin, dass er nur deswegen dorthin gefahren ist. Und dann ist sie dort und wird quasi von dem, was sind das da, Aufpassern mitgenommen, weil sie ihn beim Spielen stört. Ist eine brutale Szene. Ist eine brutale Szene. Das ist eine brutale Szene. Und da würde ich dann deinem Gedanken, dass er wirklich so diese autistischen Züge hat, weil er da ganz ohne Emotion ist oder auch eigentlich ohne empathischen Verstand. Die Empathie fehlt ihm ja völlig. In dem Fall. Also das kann ja nicht... Ja, aber da glaube ich, dass wenn jemand, sagen wir mal, keine autistischen Züge hat und einfach nur extrem spielsüchtig ist, in dem Moment wahrscheinlich genauso gehandelt hätte. Da kennst du nichts mehr. Genau, das ist so. Aber das wäre so die einzige Szene, die so extrem ist, die das darauf anliegen könnte, die das noch ein bisschen bedeutungsvoller machen würde. Aber ich glaube auch, dass er einfach, einfach ist gutes Wort, dass er diese Spielsucht innehat und dass hier einfach super in diesem Film präsentiert wird, weil er halt immer, zum Beispiel als er dann mit seiner Freundin und dem befreundeten Pärchen an dem Esstisch sitzt, ich glaube noch auf dem Boden, weil die noch kaum ein Möbel haben und sich darum auch nicht kümmert, auch immer so ein Zeichen dafür, dass ihnen das alles egal ist, sein Zuhause, wo wohnt, wo schläft. Und dann da zum Fernseher hinkriecht, um dann zu sehen, wie das Spiel ausgeht, weil er hofft, jetzt die letzten zwei Basketballwürfe, die eine, ob die reingehen und er damit gewonnen hat oder ob er verliert und dann liegt er davor wie vor seinem Gott, so ungefähr und voll, wie ist denn das Wort, wenn man so unterwürfig Devot und das ist auch eigentlich eine traurige Szene, wie die anderen alle gucken, was macht er da, was ist da los, also die schon bezeichnet und trotzdem die ganze Zeit spielt, muss ich noch mal erwähnen, Philipp Schumer Hoffman, also dass er nicht Oscar nominiert wurde für den Film, ist auch so eine Sache, ich habe da mal nachgeguckt und in dem Jahr waren aber andere Hammerleute nominiert und da kann ich es wieder verstehen, dass er vielleicht noch nicht mal nominiert wurde, es war nämlich unter anderem, Sean Penn hat gewonnen für Mystic River, den Film von Clint Eastwood, Johnny Depp für Fluch der Karibik, den hätte man eigentlich rauslassen können, aber ist halt so, ne, das war so einer der wenigen, die mal für eine Komödie nominiert wurden, das war ja auch eine tolle Performance, mal was anderes, dann Ben Kingsley für Haus aus Sand und Nebel, oh ja, der Film ist auch so, ja, 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 auch ein toller Film, um den zu besprechen, weil der auch kaum irgendwie vorkommt und nicht den auch sehr gut findet, Jude Law für ihr unterwegs nach Cold Mountain und Bill Murray für Lost in Translation und Philipp Schumer Hoffman ist ja einer seiner wenigen Filme, er ist ja immer kaum, wie das meistens bei den Charakterdarstellern ist der Hauptdarsteller, der Protagonist, meistens immer die Nebenfigur, wofür auch schon ein paar Mal nominiert wurde, Oscar nominiert, da war auch, Moment, das habe ich irgendwo aufgeschrieben, dass ich das nämlich nicht vergesse, aber, mir dann in dem Moment natürlich nicht einfällt, kriegt das Charlie Wilson, Glaubensfrage und The Master von Paul Thomas Anderson mit Joaquin Phoenix damals auch nominiert und gewonnen hat er damals als Hauptdarsteller für Capote, auch sehr gute Performance und hier reißt er auch wieder alles an sich und wir wissen ja, 2014 ist Philipp Schumer Hoffman an der Überdosis gestorben, angeblich versehentlich, mit der Nadel im Arm gefunden, da war irgendwie alles drin, Amphetamine, Heroin, Kokain, alles in einem Mix. Alter Schwede. Ja, und man hat dann irgendwie auch genaue Zahl, wie so auch immer, 74 Tütchen mit weißem Pulver gefunden, hinterher wurde nicht gesagt, was das jetzt war, also wahrscheinlich, eines der netten Sachen, die er sich da zu sich genommen hat und er war schon immer süchtig, hat dann, war irgendwie jahrelang clean, hat dann selber wieder im Interview relativ zeitnah zugegeben, dass er wieder auf Drogen ist und sich auch selber eingeliefert hat und ist dann trotzdem gestorben und das ist auch wieder so ein Sinnbild, weil er ja so einen Süchtigen spielt, das Impressionslosen, dass er das wieder so gut hinkriegt auch. Das ist ein kleines Abbild von Philipp Simon Hoffmann selbst vielleicht, oder? Ja, bei Emotionslosen wäre ich auch vorsichtig, wie gesagt, nur weil jemand Emotionen nicht ausdrückt, heißt das nicht, dass er sie nicht hat, ne? Nein, ich meine auch immer, ich meine immer das Oberflächliche jetzt, nicht das Innen, weil diese Momente, wenn er mit sich hadert und nachdenkt, dann ist er ja nicht nervös, also da kommt richtig viel eigentlich, richtig viel Emotion rüber, ne? Da kommt richtig viel rüber, aber er gibt das nie den anderen Preis und auch immer auf diese introvertierte Art. Du, ich sage dir eins, weißt du, wenn ich das sehe, wenn du jetzt, sagen wir mal, ja, ich will jetzt nicht verächtlich sein oder respektlos oder so, aber, ja, ich sage es jetzt einfach mal frei in der Schnauze, wenn du jetzt irgendjemanden, der gerade vielleicht Schauspielkunst studiert oder schon Schauspieler ist und so weiter, darum bittest, jetzt mal irgendetwas vorzuführen, ne? Dann schmeißen die sich auf den Boden und fangen an zu schreien und zu quengeln und hast du nicht gesehen, ne? Und denken, das wäre jetzt ein total starker Ausdruck, ne? Und, und, sind aber nicht in der Lage, einfach nur eine Tasse Kaffee zu trinken, die gar nicht existiert, verstehst du? Um jetzt also zu simulieren, sie würden sie trinken, so dass das authentisch rüberkommt oder realistisch rüberkommt, gut geschauspielert und so weiter, ja? Die großen Emotionen, ja, sind vielleicht sogar leichter darzustellen, als jetzt irgendwie, äh, das, äh, total Normale, ne? So wie, du gehst über die Straße und jemand begrüßt dich und du grüßt zurück. Das ist vielleicht auch viel schwieriger darzustellen. Und, ähm, diese Feinheiten und so weiter, die kommen ja auch viel stärker zur Geltung, wenn es eben nicht so laut vorgetragen wird. Und insofern finde ich seine Rolle ganz schön schwierig. Das war eigentlich auch dies Jahr viel schwieriger, auch gerade die, ähm, ich hab die jetzt nur auf Deutsch gesehen. Die gibt's im Moment übrigens, falls du in einer sehen möchte, bei, ähm, Amazon Prime. Zur Verfügung muss man auch nicht kaufen, ist umsonst. Und da ist leider nur die deutsche Tonspur und die Produktion an sich war ja schon nicht so teuer und dementsprechend wenig Hoffnung auch, äh, in der Umsetzung im Kino, auch hier in Deutschland. Wurde leider relativ billig synchronisiert, auch nicht seine Stammsynchronsprecher, sondern der alte Synchronsprecher von Tom Cruise früher, der aber auch nicht so richtig Lust hatte und das hat's so ein bisschen kaputt gemacht. Also es kommt trotzdem viel rüber, aber bei den Darstellern allen ist das schon, ah, so ein bisschen schmälend. Also, da würde ich gerne nochmal irgendwann die Original sehen. Vielleicht hole ich mir den mal irgendwann, wenn es auf DVD für einen Euro gibt oder so. Die Szenen zum Beispiel auch, die seine Spielsucht zeigen, wenn die Uhrzeit, ne, wenn die sagen, hier Feierabend und er gar nicht merkt, wie spät es ist und das immer auch wieder so ein einfaches Bild, ein ganz einfaches Bild für den Süchtigen, den Spielsüchtigen in dem Fall, genau wie wir es vorher schon angesprochen hatten, erst wenn die Uhrzeit zu Ende ist, wenn der Laden zu hat, wenn nichts mehr geht, hört er auf. Sonst gibt's einfach kein Ende oder das Geld halt weg ist. Aber, ne, dass er immer so von außen irgendwas kommen muss und dass er einfach so triebgesteuert, also triebgesteuert, ne, dieser Trieb ist ja irgendwie da wahrscheinlich, ne, diese Sucht auszüge und allgemein wird dieses Spiel gar nicht, wie wir schon gesagt haben, Casinos nicht, dann ist da diese kleine asiatische Herstammung, die Dame, die sehen wir am Anfang einmal kurz, sich freuen und spielen und dann hinterher kommt die angekrochen und bettelt um Geld und das ist auch so eine traurige Szene irgendwie und macht das Spiel nochmal kaputt und, äh, also spielen wird ja schon gezeigt, dass das nichts Tolles ist. Ja gut, also ich sag mal, dem Chef des Casinos ist das auch klar, dass der Typ also bis Ultimo spielt und... Von John Hurt gespielt, auch eine interessante Rolle und Figur in dem Film, Und in einer Situation, als, äh, äh, Dan Mahoney äh, sehr, sehr hoch im Plus steht, ähm, sagt der Casino-Besitzer dann ja auch, wie es steht, das wissen wir um 4 Uhr, weil dann ja eben die Tische geschlossen werden und das ist eben auch die Eindeutung darauf, was du gerade gesagt hast, ne? Stimmt, stimmt, soll ich das gerne? Ne? Und zum Schauspieler selbst nochmal, also, klar, ich frag mich dann auch, wie sind die Schauspieler im wahren Leben? Stellen die sich am Ende nur selbst dar? Oder ist das jetzt wirklich etwas, äh, geben die ein Bild wieder, das, äh, ihnen persönlich überhaupt nicht entspricht und ist das reine Schauspielerei und so weiter? Und wenn man dann bestimmte Schauspieler sieht, die irgendwo immer die gleiche Rolle spielen, egal in welchem Film sie sind, sie spielen immer den gleichen Charakter, dann, äh, darf man wahrscheinlich auch nicht ungerecht sein, weil das vielleicht ganz einfach von Hollywood gefordert wird, wenn ein bestimmter Charakter erst mal, äh, in seiner markanten Weise beim Publikum als solches, äh, äh, angekommen ist, positiv und die, den Schauspieler schon damit auch, äh, quasi identifizieren, dann wollen die das natürlich auch, ne? Also mir fällt Bruce Willis zum Beispiel ein, äh, ich meine in vielen Filmen, das ist mein Eindruck, ne? Äh, spielt ja immer den gleichen, ne? Die gleiche Gestik, die gleiche Redeweise, dieselbe Gestik und so weiter, ne? Ja, das ist immer das Problem, genau die Gestik, das merkt man immer, egal was für eine Figur die spielen, das ist bei manchen leider immer, äh, Ja, und da kann ich, da kann ich nicht sehen, ist das jetzt wirklich, äh, ein vielseitiger Schauspieler oder nicht, wobei ich allerdings doch davon ausgehe, dass einige Leute es doch, äh, wesentlich besser drauf haben, als man dann dadurch vielleicht, äh, äh, denkt, wenn sie immer das gleiche spielen, weil es gar einfach von ihnen gefordert wird, das zu tun, ne? Ja, das ist ja auch gar nicht schlimm, genau wie du sagst, ne? Dass es halt so ist, dann schade, aber man muss dann halt das schon differenzieren, dieses richtig gutes Schauspiel und eben auch hier bei, ähm, Philipp Simon Hoffmann, der, wie gesagt, ein Charakterdarsteller ist, das hört sich immer so wie ein Schimpfwort an, man kann es einfach übersetzen mit, sieht nicht so toll aus und spielt halt immer die Nebenrolle und das ist gut. So, äh, kann man es ganz leicht übersetzen, ähm, kommt irgendwie eigentlich aus dem Theater und, und bedeutet, glaube ich, dass eigentlich waren es immer so ältere Leute, die hat man Charakterdarsteller genannt, wenn sie so Ende der 60 waren, 50, ne? Und dann, äh, die gespielt haben, das hat man dann Charakter, weil die auch ihren Charakter gebildet haben, wahrscheinlich mit ihrem Alter, da kommt das so her, rührt das so her, aber hier im Film wird das, werden es halt solche Leute genannt und da würde auch keiner in der Szene, als Mini Driver, spielt übrigens seine Freundin, die nicht so toll in dem Film finden, also spielt schon ganz gut, diese Perücke nervt mich nur oder wie auch immer diese Frisur zu spielen. Ja, über die Frisur habe ich auch nachgedacht, Alter, das ist schrecklich, das ist wirklich schrecklich. Und das macht jedes Mal den Film ein bisschen kaputt, also sie ist schon, Meinst du? Sie sieht aus, als würde sie eher so in Las Vegas sitzen und da rumspielen, so ein bisschen. Ähm, was ich sagen wollte, da liegen die beiden da im Bett und Philip Seymour Hoffman hat diese Beine so verschlungen aneinandergeschlagen, hat nur seine Unterhose und sein Unterhemd an, morgens. Und dann hat er sich so komisch gedreht. Und er sieht aus wie, ja, mehr so wie eine, so würde nie einer liegen. Schon gar nicht die Hollywoodstars. Keiner wird so liegen. Aber das bringt so viel rüber. Das war jetzt nicht gerade sehr attraktiv. Nein, nicht sehr attraktiv und nicht sehr männlich, sage ich jetzt mal. Ja, 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 das ist das Atypische. Und nicht so, auch nicht so fotogen, würde ich es mal nennen. Ja, okay. Er würde jetzt nicht so ein Foto machen. Es sah schon eher weiblich aus, sage ich mal. Schwach. Ja, weibchen schwach ist jetzt, ja, das habt ihr überhört. Auf jeden Fall. Aber es ist toll, es bringt viel. Vielleicht hat die Spielsucht eine Art Metamorphose seiner Männlichkeit eingeleitet, die jetzt nur noch vermuten lässt, dass er mal ein Mann gewesen sein könnte, wenn man ihn da so noch sieht. Vielleicht ist er eben geschlechtslos. Er ist nicht männlich, er ist nicht beiblich. Brutal. Man sieht ihn noch nie mit seiner Frau schlafen. Sieht man sie überhaupt mal küssen? Aber wieso findest du das so gut? Wieso ist das jetzt gut? Was ist gut? Ja, ich meine, du sagtest gerade so, würde sich ein anderer Schauspieler in Hollywood nicht präsentieren und heißt das aber positiv gewertet. Genannt, wie Philipp Simon Hoffmann das macht, das meine ich positiv. Ja, warum? Ja, weil hier etwas rüberkommt und nicht einfach gepostet wird für ein Cover von der GQ, sondern wirklich sich den Charakter darstellt, wie diese Person ist und wie sie halt im Bett liegen würde. Okay. Und nicht, wie es gut aussehen muss. Okay. Und deswegen, da wie er schon liegt, da kommt sofort was rüber, irgendwie wieder im Nichtstun, was diese Figur in dem Film gut die ganze Zeit macht und auch Philipp Simon Hoffmann als Schauspieler einfach, dass er da schon was rüberbringt und was rüberkommt. Der muss da jetzt nicht, wie du gesagt hast, eben man muss übertreiben und dann irgendwie sein, dass er irgendwie am Bett an der Seite steht und dann auf seinen Kopf nach unten guckt und irgendwie am Nachdenken ist, so wie es übertrieben ist. Er liegt da, man sieht ihn auch nur von hinten, man sieht sein Gesicht kaum und diese Beine und alles, wie er da schon ein bisschen jämmerlich liegt und einfach gerade auch dieses Jämmerliche daherkommt, dass er ja eigentlich wieder am Spieltisch sein müsste und weiterspielen will die ganze Zeit, weil er sonst immer nicht erfüllt ist, auch nicht durch so die Freundin, die er da hat, die so lieb ist und das ist ja auch so eine Sache im Film, wenn ich jetzt einfach mal weitergreife, außer du wolltest jetzt noch dazu was sagen. Ach nee, ich will dich nicht unterbrechen, erzähl mal weiter. Danke. Das, siehst du, jetzt bin ich raus. Nein, Moment, ich hab's sofort. Dass sie, es gibt die ganze Zeit keine Konsequenzen in dem Film. Das ist ja das Interessante, diese ganzen typischen Sachen, die in so einem Thriller, in so einem Spannungsfilm, so ein bisschen Spannung aufzubauen, die Polizei hört ihn ab, weil sie durch einen Zufall, weil eigentlich die Leute, die ihm die ganze Zeit Geld leihen, abgehört werden und dann auf Philip Simo Hoffman kommen. Aber der Detektiv sagt, nein, nein, das ist nur irgendeiner egal und irgendwann kommen sie drauf, aber es ist eigentlich auch egal, nehmen ihn nicht ernst. Seine Freundin, er zockt die ganze Zeit, sie ist noch ganz lieb und bleibt trotzdem bei ihm, er zockt weiter, sie möchte, dass er sie heiratet, macht sie nicht. Der Chef, alle fragen ihn bei der Bank, wo ist denn das Geld, da passt was nicht. Jedes Mal kommt einer und sagt, Moment mal, hier fehlt was und so und da fehlt er. Dann sagt er immer so, ja, aber das ist schon erledigt, okay, da hat er es schon erledigt, ja okay, alle seines und es gibt nie Konsequenzen. Immer wenn man denkt, oh, jetzt wirst du erwischt oder diese Angst davor, er wird nie erwischt und es wird nie darauf eingegangen und alle, er kann eigentlich handeln, wie er will, das macht es fast noch schlimmer, weil er trotzdem seine, ne, weißt du, was ich meine? Ja, ähm, ja. Auch am Ende, am Ende, das passiert ist und er, wie viel Geld hat er da verspielt, wie viele Millionen waren das? Zehn Millionen? Ähm, oder zwei? Er hat insgesamt 10,2 Millionen unterschlagen und die höchste Summe, die er an einem Stück verloren hat, in einer Session, waren 9 Millionen. Krass, oder? Das ist wirklich so krass. Das ist einfach so. Da darf man gar nicht drüber nachdenken, nur. Als er das erste Mal schon hingeht und dann wird gesagt, ja, wir möchten für die Dame, die das Konto dort hat, um das, dass er sich kümmert, 200.000 bitte abheben und dann kommt er und sagt 300.000 und ich gucke dann nur und denke, what the fuck und dann nimmt er diese 100.000 und spielt mit diesen 100.000 Dollar, das ist unglaublich, also das ist wirklich und der, was du gesagt hast, der Casino-Manager ist das, Manager, wie nennt man den, wie die dann sofort darauf eingehen und die umgaren und das ist schon fast ein bester Freund eigentlich irgendwie. Also es ist einfach verrückt mit anzusehen. Weißt du, ich meine, jetzt einmal noch ganz kurz zurück zu dieser Szene, wie er da im Bett liegt oder überhaupt das Verhältnis, wie das Verhältnis zu seiner Freundin dargestellt wird und so weiter. Ja. Er wird ja in verschiedenen Lebenssituationen gezeigt, vielleicht nicht nur am Spieltisch, sondern auch in anderen Situationen und da ist natürlich eine totale Konstanz. Es wäre total doof gewesen, wenn man ihn jetzt irgendwie vielleicht verzweifelt, den Kopf in den Händen, was weiß ich, da mit der Freundin im Bett gezeigt hätte oder gezeigt hätte, wie er total liebevoll, fürsorglich oder was weiß ich, da mit ihr agiert oder irgendwie krassen Sex mit ihr hat oder sonst was, das wäre dann, das hätte sich nicht in dieses Bild eingefügt, was man von ihm so zeigt. Also diese Konstanz in allen Lebenslagen, die hat mich ja auch darauf gebracht, dass es nicht nur, also nicht ausschließlich der Spielsucht geschuldet ist, wie er sich verhält, sondern dass das etwas tiefer Liegendes in seiner Persönlichkeit ist. Genau, das sage ich nämlich auch, das ist auch immer, man kann nicht immer jeden, wie wir es eigentlich schon am Anfang gesagt haben, jeden so klassifizieren, sondern da gibt es schon verschiedene Arten und alles ist, wir sind immer Menschen, da kannst du nicht sagen so und so und dass es deinen Charakter umso interessanter macht. Ich finde es aber auch interessant, wie die Figur eingeführt wurde. Da musste ich lachen. Also, man sieht den Typen, der jetzt kommt mit seiner Klapperkarre, es wird deutlich gemacht, dass er sich was Besseres leisten könnte, weil er jetzt in der Hierarchie der Bank aufgestiegen ist, wobei ich sagen muss, später kommt raus, dass er nur läppische 22.000 kanadische Dollar im Jahr verdient. Davon holt man sich natürlich auch kein Porsche GTS 4, ne? Also, gut, aber vielleicht sind die Unterhaltungskosten ja nicht so. Ja, ja, okay. Also, ich muss sagen, mir war das so ein... Und es war, wir müssen, haben wir schon erwähnt, dass das zwischen 80 und 82 gespielt hat. Also, diese Ereignisse spielen zwischen 1980 und 82. Lass mich jetzt sagen, da gab es den Porsche noch gar nicht, oder was? Das ist natürlich auch nicht. Nein, also, jetzt mal im Ernst, also, mir war das sympathisch. Also, mir sind, ich habe da, weiß ich nicht, ich kann dem was abgewinnen, wenn man so diese Einstellung hat. Der Typ war natürlich jetzt total grundsolide. Als nächstes kommt er in die Bank, hat ein kurzes Gespräch mit seiner Freundin, die jetzt irgendwie ein Essen vorschlägt, das vielleicht dann 30 Dollar kosten würde und er dann sofort so nach dem Motto, na, jetzt wollen wir mal nicht unvernünftig werden oder leid sindig, ne? also man kriegt so, und dann sieht man ihn im Gespräch mit den Bankdirektoren und so weiter. Ja, und da kommt dann eben rüber, dass er dieses Klischee erfüllt von einem grundsoliden Banker. Grundsolider Banker, ja? Profi, trocken. Trocken und, 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 ja, und dann kommt er in sein Büro und dann sitzen da ein paar zwielichte Gestalten, zwielichtige Gestalten und der Witz ist jetzt der, der Witz ist jetzt der, normalerweise, er ist ja in der Kreditabteilung, sitzen auf der Seite am Tisch die Leute, die einen Kredit wollen und wo er eventuell ablehnen muss, aber hier dreht sich das Ganze um, jetzt plötzlich übernehmen die beiden die Rolle des Bankers sozusagen, ja, und fordern von ihm Geld und sagen ganz klar, nee, wenn wir das Geld nicht kriegen, dann ist erstmal nichts drin. Also mehr, mehr Kredit gibt es nicht und so weiter, ja? Also er ist jetzt plötzlich in der Situation eines Kunden und da wird dann schon mal klar, alles klar, so grundsolide ist der Typ eben nicht, ja? Da sehen wir, der Typ hat Leichen im Keller und das erste Bild, was wir von ihm hatten, wird krass unterbrochen und das innerhalb der ersten fünf Minuten im Film, ja? Kriegen wir sofort so eine ambivalente, äh, kriegen wir sofort die ganze Ambivalenz dieser Figur sozusagen mit und dann kriegen wir auch mit, wie er dann wirklich nach einer Lösung sucht in seiner Stresssituation, in der er dann ist, nicht aufgibt und dann auch eine Lösung findet und die dann auch direkt umsetzt, ohne lange noch zu überlegen. Doch, Entschuldigung, er zögert ja schon ein wenig, ne? Beim Ausfüllen, ne? Aber, äh, er zieht's dann durch, ne? Das, Aber ich glaube, er zögert eher nicht wegen der moralischen Grenze, sondern, ob er an alles gedacht hat. So, als würde er nochmal alles durchgehen, habe ich alles bedacht. Ja, ja, So, dieser Moment, er sitzt auch an seinem Tisch, ganz am Anfang, was ich meinte, wo er sich an die Schulter packt und das alles, er denkt da schon so ein bisschen nach, kann ich das machen, aber auch nur mit der, wie wahrscheinlich ist es, dass sie mich erwischen in der Bank und ich gefeuert werde, so mit dem Grund und nicht moralisch oder so vertretbar, sondern er durchdenkt immer alles perfekt. So, das ist eher so das Ding irgendwie, Guter Hinweis, da möchte ich dir auf jeden Fall recht geben. Er macht mir wirklich auch, wirklich, nein, also, der Typ kommt drüber wie so ein Schachspieler, ne? So auch, ne? Die dann auch nochmal überlegen, so, ich habe jetzt einen Zug, aber mache ich den jetzt wirklich und so nochmal alles kurz visualisieren, überdenken und so und dann zack, wumms, äh, zieht er den Zug, ne? Und, ja, daran erinnert er mich an manchen Stellen, wie an so einen Schachspieler halt, ne? Naja, stimmt, da hast du recht. Interessant allen, dass auch wieder, was wir noch dazu nehmen können, habe ich vergessen, diese ganzen Spannungselemente, die dann doch keine sind, wie mit der Polizei, mit dem Spielen der Freundin, dass er irgendwie erwischt wird oder dergleichen, da gibt es auch noch, ähm, die Schmuggelszene, wenn er immer sein Bargeld an seinem Körper hat und dann jedes Mal sieht man, wie er ausgebeult ist und ob er ihm gefragt wird, weil man ja wahrscheinlich nur so und so viel Geld und unversteuert und überhaupt und man ja angeben muss, woher man es hat, was man da mit und und und, wird er auch nie erwischt, passiert auch nie was, total ausgebeult, ne? Jetzt gehört abgescannt hier, wollen sie nochmal Spannung reinbringen, wird abgescannt, passiert auch nichts, wieder keine Konsequenz, dann, ähm, wenn er, wenn er, wenn er dann mit dem Auto, mit einem Fahrer fährt, so ein Taxi oder irgendjemanden, dann glaubt er, überfallen zu werden und er sein Geld schnell verstecken will, passiert auch nichts, auch nichts, jedes Mal, es bleibt alles eigentlich trocken, eigentlich ist der Film so, ich weiß nicht, echt so, bleibt die ganze Zeit auf einer Spur, auf einem Level, ich meine, der Regisseur ist jetzt auch nicht, es wird auch nicht irgendwie künstlerisch, es wird nicht, wer weiß, visuell gearbeitet oder erzählerisch, es wird schon dokumentarisch, der Regisseur, der hat auch nichts gemacht vorher und auch nicht nachher, der ist hier Richard Kmietniowski, es ist auch ein ganz Unbekannter, der hat danach nichts mehr gemacht, aber solide auf jeden Fall die Arbeit hier und alles EMB-Schauspieler, außer Philip Seymour Hoffman, aber 2003 jetzt auch noch nicht auf der Krönung seiner Schöpfung, vorher hat er nur Magnolia gemacht, wo er wirklich dann eben als Bessernehmendersteller auch nominiert war, hat er auch gewonnen, ich weiß gar nicht mehr. Du weißt ja, du hast ja vorhin einmal kurz die Frau erwähnt im Casino, die sich so unwürdig verhält und hast das als dargestellt, wie so ein Bettel, genau, und das hast du also auch angesehen als eine Darstellung dafür, wie weit die Spielsucht einen Menschen treiben kann, dass er dann sogar nicht mal davor zurückschreckt, irgendwelche Leute anzubetteln in der Verzweiflung, ja, und hast das gesehen als ein Negativbeispiel dafür, wo die Spielsucht jemanden hinbringen kann, richtig? Also so und einfach auch, dass es einfach nicht sexy ist, wie sie da hingeht und dann so bettelt und es wirkt ja nicht so wie eine selbstbewusste Frau, die jetzt noch versucht, so ein bisschen mit ihrer Schönheit oder so ein bisschen Geld abzuklappern und man sagt, ich versuch's mal, sondern es war wirklich blanke Verzweiflung und diese Verzweifelte war echt traurig irgendwie. Also meine Erfahrung nach ist das, was, ich weiß jetzt nicht, wie es heute so abläuft, aber zumindest früher, was da so abläuft auf Nebenschauplätzen, sag ich jetzt mal, das ist alles viel dramatischer noch, als in diesem Film jetzt gezeigt wird. Aber du sagst es ja selber schon, man will jetzt nicht unbedingt das Casino oder Casinos als solches präsentieren und zeigen, was alles da so abläuft. Man hat nur mal so eine Sache rausgepickt, nämlich dieses Verhalten der Frau, vielleicht auch, um es ihm entgegenzusetzen, weil er sich ja eben nicht so verhält. Er macht zwar seine Unterschlagung und einige Moralisten sagen jetzt vielleicht auch, dass das unwürdig ist, aber letzten Endes ist es so, dass er sich wahrscheinlich, wir würden nicht erwarten, dass er sich so wie diese Frau verhält, dass er jetzt rumläuft und irgendwelche Leute anbettet. Und was ich da alles mitgekriegt habe früher, ich meine, das war ja fast so eine Art gesetzesloser Raum, diese Casinos, in Deutschland zumindest. Das sind ja staatliche Institutionen nach wie vor und wenn man jetzt, sagen wir mal, behauptet hätte, dass man einen Einsatz gemacht hat, wenn jetzt gefragt wird, hier die 36 hat gewonnen, wessen Jeton ist das? Und wenn du dann gesagt hättest, meiner, meiner, meiner und es wäre gar nicht deiner gewesen. Und jetzt hätte der wahre Besitzer des Jetons sich gemeldet und gesagt, nee, ist meiner, dann hätte man da keine langen Faxen gemacht, man hatte damals auch schon Kameras und hätte das nachprüfen können, aber dann wurde der Chefgruppier gerufen, der hat dann einfach Teilen vorgeschlagen und entweder war es da ein, wenn beide einverstanden sind, wurde die Summe geteilt und wenn einer dagegen war, dann eben nicht. Da habe ich Situation mitgekriegt, die Gruppiers selber, die machen auch so ein bisschen Nebenwetten, witzigerweise. Und in dem Fall hatten die Gruppiers auf diese Zahl gesetzt. Und die Frau wollte das für sich in Anspruch nehmen, aber die wussten jetzt ganz genau, dass die es nicht war. Und dann konnte man jetzt auch schlecht dahin vorschlagen, weil sich auch kein anderer gemeldet hat. Gut, die hat ihr Geld gekriegt und ist dann rausgeworfen worden. Aber da fand Diebstahl statt, dass jemand einfach wirklich reingegriffen hat und Jetons wieder vom Tisch runtergenommen hat, die er gar nicht gesetzt hat und so weiter und so weiter. Und es war ja auch wie in diesem Film damals so, dass man die großen Roulette-Tische hatte. Da saßen manchmal sieben, acht Leute am Tisch und dann noch mal zehn, zwölf Leute standen dahinter. Wie willst du denn da noch den Überblick bewahren? Und das ist heute ja auch anders. Heute hat man viele kleine Tische, an denen vier Leute sitzen normalerweise maximal. Und dann hat man auch den Überblick und die Jetons, die jemand bekommt, die sind auch markiert. Das heißt, man weiß ganz genau, kann die Jetons dem Spieler zuordnen, ganz genau. Und dann gibt es diese Metzges nicht mehr. Aber was da früher alles los war in diesen Casinos, da ist diese weinende Frau nix gegen, ne? Nix gegen. Und wie viele, du glaubst gar nicht, wie viele Leute da waren, die nix mehr zu verlieren hatten, weil bei ihnen Krebs diagnostiziert wurde. Und die waren jetzt quasi irgendwo nur noch damit beschäftigt, ihre Kohle rauszuhauen. Unglaublich, aber wahr, ne? Ja, das Ding ist, das ist ja wieder das Tolle, was der Film schafft, der das mit so einer kleinen Szene präsentiert, führt diese Figur, das sind auch die einzigen, die wir anderen spielen sehen. Wenn er da reinkommt, das erste Mal, sieht man diese zwei Mädels da spielen, diese Asiaten, die fallen auch so kurz auf, freuen sich, alle sind dabei, machen ja immer mit, die wollen ja immer alle teilhaben an Gewinnern irgendwie, alleine vom Gefühl her. Und dann, dann sehen wir sie kurz Zeit später, die einzige andere Person eigentlich, die auch spielt, sehen wir sie, wie sie halt kurz bettelt. Und das ist so trocken, eigentlich nur kurz, aber es wird trotzdem so traurig und so erbärmlich. Und das ist so toll, dass das der Film irgendwie schafft, mit diesen Kleinigkeiten. Hat dich das so angerührt, die Szene? Echt? Nicht angerührt, also es ist einfach so, das macht es auch, wie er reagiert und so, weil er, und das Schlimme ist, weil das, was sie macht, das ist natürlich, wie du gesagt hast, anders, eine andere Spielsucht und wie sie sich verhält, aber eigentlich ist es auch eine Konsequenz von dem, was er eigentlich gerade macht. Ach so, für sich. Und das überträgt sich auf ihn so und er geht weiter, als würde er so sehen, eigentlich ist das mein Ding, bleib bloß weg, ich weiß, mir könnte es zu schlecht gehen, bla bla. Und der wichtigste Satz ist ja eigentlich, den er sagt, Philipps J. Hoffmann sagt ja auch, also der Mahoney, er ist nicht spielsüchtig, er hat nur Schulden. Ja, er hat ein finanzielles Problem, sagt er. Total geil, genau finanzielles Problem. Da musste ich lachen auch, ja, da musste ich lachen. Und auch ein Funfact war doch hier, dass in der Atlantic City dann das Casino für 24 Stunden geschlossen werden musste. Richtig, das ist ja heute noch der sogenannte Mahoney-Tag. Genau, der Dan-Mahoney-Tag. Ja, 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 der Typ ist berühmt geworden. Nee, genau zum Ende hin, das erste Mal, dass irgendwas passiert, wenn er da reinkommt mit diesem Millionen Euro, Dollar und spielt, quasi das Finale nennen wir es mal und alle zuschauen und auch alle so partizipieren irgendwie gefühlsmäßig. die Leute, die Kameraleute, die an den Kameras sind und aufpassen, dass keiner System spielt oder irgendwie zählt oder irgendwelche Tricks anwendet, die freuen sich und gucken und gehen mit und so, das ist so die emotionalste Szene, aber diese Emotion kommt von außen, witzigerweise wieder, nicht von ihm selbst. Ja, ist richtig. Von dem Spielen und so und da macht man richtig mit und dann freut man sich wie selbst, also das, die bilden ja eigentlich die Zuschauer uns ab irgendwie, die Leute sich auch freuen, dass er es endlich schafft und auch den Casino Heine zeigt und dann mal richtig rausgeht und man weiß ja schon, dass es nicht passieren wird. Aber ja, die hat mir noch gefallen, auch die Szene, die war gut und wie gesagt, alle Szenen einfach mit Films Timo Hoffmann alleine und dann dieses erbärmliche, traurige, wie am Ende erwischt, wie wenn die Polizei hinter ihm herfährt, er mit seinem kaputten Auto und dann guckt schon der Detective erst mal, wie er über Parkplatz steht mit diesen 15 Polizeiautos da warten, was auch wieder witzig ist und er dann versucht die, wie heißt die, Sonnenblende und versucht da dran zu machen mit Zeit, als wäre das sein größtes Problem, hat gerade Millionen verloren und er versucht, diese Dinge noch dran zu nehmen. Das ist wieder super und dann kriegt er sich hin, so dann fährt er los, fährt einfach ganz los, regt sich nicht auf. Jede Autoszene, wäre jetzt im anderen Film, würde sich aufregen, würde weinen, würde durchdrehen, würde schnell fahren, muss sie die Musik laut aufdrehen, irgendwas und ich glaube, das Einzige, was er macht, ist das da in der Szene gewesen, als er so wie so ein Hund aus dem Fenster schaut und luftstellt. Ja, genau, da muss ich lachen. So ein bisschen eher so wach werden. Ja, irgendwie muss ich da lachen. Und das war wieder so gut, sein Ausdruck von Philipps Jorof, wie er aussieht, die Tat überhaupt, ich kann mir hundertprozentig, ich weiß nicht, dass er das selber improvisiert hat, weiß ich jetzt schon, also es war bestimmt keine Regieanweisung oder Drehbuch und dann verreckt er mit der Karre, mit dieser ollen Karre da, mitten auf der Straße und diese Kolonne von Polizeiautos, die langsam hinter ihm hergefahren sind, parken dann und überführen ihn darauf. Du, das ist doch auch symbolisch für den Film, weil die ganze Zeit ist das Demoklesschwert quasi schon über ihm, ja, so wie die Polizeiautos die ganze Zeit schon hinter ihm herfahren und es nur eine Frage der Zeit ist, wann sie zuschlagen, so ist es ja, ist er irgendwo symbolisch für den ganzen Film, denn irgendwo ist es so, dass man damit rechnen musste, dass irgendwann mal das System zuschlägt und er auffliegt sozusagen, das ist wahr. Was sonst noch eine gute Szene, also mir gefiel noch so dieses mit dem Spare Ribs, er hat ja immer dann von dem Casino-Manager, wurde dann gefragt, was möchtest du, italienische Köstlichkeiten, wir haben ja ein Riesenzimmer für dich, schickt auch mal eine Frau aufs Zimmer und er will das ja alles nicht und essen möchte er nur Spare Ribs und ohne Soße, also nochmal ein Standard, so ein einfaches Essen, sag ich mal und dann auch noch ohne Soße und dann kommen immer wieder die Damen und wollen ihm das Essen bringen, aber er spielt noch, er spielt noch, er darf nicht und die machen ohne Spare Ribs und dann trifft er ja den Koch, den Schwarzen in der Kellertreppe da, in, wie sagt man, was ist das, so eine Feuerwehrtreppe, so ein Nebenflur und da sitzen sie, das ist sowieso immer ein Film, irgendwie so ein Fluchtpunkt. Ist aber auch eine Schlüsselszene, weil er kommt, nachdem er sein Geld verloren hat, in diesen Flur, ja, und wo der Schwarze, sag ich jetzt mal, weil ihm der Name nicht einfällt, du weißt dann, was ich meine, ja, der ist gerade seine Spare Ribs, weil davon haben die ja auf Halde gelegt, ne, seine Träume, und er geht zuerst so ein bisschen weg und ist mit sich beschäftigt und ja, zeigt so ein kleines bisschen, aber er zeigt doch so ein kleines bisschen, dass er nervös ist, dass er von der Rolle ist, sagen wir es mal so, Geht dazu aber, wieder irgendwo hin, wo er alleine sein kann, ne, also wieder eben ein bisschen Kippertruhe. Er stellt sich nicht selber bloß, ja, auch irgendwo vielleicht ein Zeichen für Würde oder dass er einen Sinn dafür hat, dass er das mit sich ausmacht und so weiter, aber es wird klar, der ist jetzt von einer Rolle und jetzt könnte man denken, dass er sich so fühlt, wie er es nach außen hin, dann für uns nach außen hin, dann für uns Zuschauer, ja, zeigt, weil er verloren hat, weil er eine riesige Summe verloren hat und ich weiß jetzt im Kopf noch nicht mal mehr, um welche Summe es sich zu dem Zeitpunkt handelte, aber es war noch nicht so astronomisch, wie es später wurde und ich glaube nicht, das waren diese 100.000, Entschuldigung, das waren die 100.000. Und ich glaube nicht, dass er sich so aufregt, weil er verloren hat, sondern weil er nicht mehr weiterspielen kann, weil das Game Over ist, das ist der Punkt, ne, nicht weil er jetzt verloren hat, ne, und, ja, das ist schon, das ist schon sehr krass, so, und jetzt ist das doch so, wenn wir jetzt solche Summen hören, 100.000, 200.000, 9.000 und so weiter und so fort, ja, das ist natürlich ein Rekord, der Typ hat ja alle Rekorde geschlagen, so nach dem Motto, ne, dann denken wir vielleicht, okay, das ist vielleicht auch ein Grund dafür, warum diese Geschichte herangezogen wurde, es soll ja nach einer wahren, es ist ja nach einer wahren Begebenheit, ja, irgendwer hat mal ein Buch dazu geschrieben, Gary Ross, mit dem Titel No Limit, und danach ist dann das Drehbuch gemacht worden, geschrieben worden, und, ja, jetzt könnte man sagen, okay, weil er so eine herausragende Ausnahme ist, aufgrund der hohen Summen, die er verloren hat, trägt eben das nochmal besonders zur Dramatik bei, und trägt besonders dazu bei, dass diese Geschichte erzählenswert wäre, und das glaube ich eben nicht, also, mir persönlich ist es scheißegal, ob er jetzt 9 Millionen verloren hat, oder nur 900.000, oder 90.000, ja, das ist gar nicht so, ähm, entscheidend für mich, jetzt sage ich jetzt mal, ne, was man dabei natürlich verlieren, äh, was man dabei natürlich erwähnen muss, es gibt halt Spieler, die verlieren alles, was sie haben, ich kenne zufällig sogar einen, der war Unternehmer, erfolgreich, hatte mehrere Millionen auf Erkannte, war im Rentenalter, hat alles verkauft, nochmal zusätzlich Geld bekommen, und dann fing er aus Langeweile an, sich in Casinos rum, äh, äh, in Casinos zu spielen, so. Der hat dann im Lau, der hat dann auch, äh, extrem auch gespielt, und auf Zahl, und sonst was, hohes Risiko, und, 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 und hat dann auch, äh, alles verloren, aber der hat nur alles verloren, was er hatte, denn Mahony schlägt das Ganze ja, das heißt, er verliert, mehr als er jemals hätte haben können, im Leben, das heißt, äh, der, der kommt nicht nur auf Null, ne, mit seinem, mit seinen Verlusten, sondern auf eine hohe Minussomme, das muss er erstmal bringen, und das ist einzigartig, ne, das heißt, den Stress, den man hat, weil man jetzt, äh, etwas riskiert, man riskiert Geld, entweder gewinnt man, oder man verliert, so nach dem Motto, äh, ist bei ihm der Stress ja noch um ein Vielfaches höher, denn er riskiert, die Beziehung zu seiner Frau, das muss er zumindest einkalkulieren, er riskiert seinen Job, sein Renommee, sein gesamtes Leben eigentlich, wie er es kennt, und dann natürlich auch noch die Kohle, ne, das heißt, für ihn steht letzten Endes jedes Mal noch viel mehr auf dem Spiel, als für jemanden, der mit seinem ganzen Ersparten, äh, ins Casino geht, ne, Ja, das Ding ist halt, ähm, ist denn der Typ jetzt, also, es stand hier am Ende, stand ja auch, er war im Gefängnis, er wurde ja, nee, am Ende des Films, fangen wir mal so an, dann ist ja die, die er quasi beklaut hat die ganze Zeit, die Inhaberin des Kontos, sagt ja am Ende, so, jetzt, äh, haben wir sie, und ich zahle die Kaution für, für den Mahoney, da dachte ich schon, es kommt aber nichts mehr, irgendwie was gezeigt wird, vielleicht weißt du ja mehr, dass sie den vielleicht schlauerweise engagiert, was sie sagt, so, das ist ein schlauer Typ, weil er es geschafft hat, alles hin und her und so, so, ne, ich weiß jetzt nicht, wieso sie die Kaution stellen, das wird nicht mehr aufgelöst oder gezeigt, spielt irgendwie keine Rolle mehr. Ja, das zeigt vielleicht einfach nur, ne, es gibt für diese Tat, letzten Endes, unterschiedliche Reaktionen, wir als Zuschauer, äh, wir, äh, finden das vielleicht total okay, wenn jemand eine Bank ausraubt, zum Beispiel, andere dann vielleicht wieder nicht, wie auch immer, da gibt es unterschiedliche Reaktionen drauf, äh, ob derjenige, dann aufgrund dessen einem vielleicht auch sympathisch ist, oder nicht und so weiter, und diese Frau hatte ja sowieso ihre Probleme mit der Bank, die ja ihr gegenüber doch auch ziemlich arrogant aufgetreten sind, und, äh, da hatte sie ja sowieso schon, äh, wahrscheinlich Brass sozusagen drauf, und, äh, jetzt, äh, hat sie gesehen, aha, dieser Mann, äh, hat offengelegt, ja, äh, wie fehlerhaft eigentlich auch diese Banker sind, die sonst immer so arrogant ihr gegenüber rüberkamen, also eine Art Triumph, und ich glaube, äh, aus diesem Gefühl des Triumphes heraus, hat sie dann spontan wahrscheinlich entschieden, äh, ihn, äh, also die Kaution zu stellen, und das heißt ja nicht, dass sie jetzt Kosten hatte, die Kaution kriegt man ja wieder zurück. Ja, gut, aber man könnte ja sagen, so, ich will, dass der so lange wie möglich, äh, in der Hölle schmort quasi, weil der Michael Kaution hat, aber letzten Endes hat er ja die Bank geklaut, also, in dem Moment, wo klar war, dass er den Betrug begangen hat, zu einem Zeitpunkt, als er noch Bankangestellter selber war, äh, kann man das ja nicht jetzt dieser Frau anlassen, ne, die kriegt hier ihr Geld auf jeden Fall wieder. Ja, das sagten ja auch die, ähm, das sagten ja auch die Polizisten, dass er bei der Bank arbeitet, und der da vielleicht was macht, und dann sagen die, nein, nein, sagen die Polizisten, die Bank, die hat so viele Regeln, da kommt keiner, so viele Sicherheiten, und bla, bla, das werden ja kurz erwähnt zwischendurch, ne, das hätte ja nicht stimmt. Ja, Ralf, ähm, wir sind so langsam, äh, am Ende, würde ich sagen, fällt dir noch was ein, was besonders so, ich meine, jetzt findest du den Film, fandest du ihn jetzt spannend insgesamt, fandest du ihn ja auf jeden Fall, das haben wir besprochen, irgendwelche Bilder, war ja zu lang, fandest du ja etwas kürzen müssen, weil ja schon ein ruhiger Film ist, irgendwie dergleichen, oder, ähm, hättest du ihn wieder hier und da noch mehr gebraucht, fandest du irgendeine Figur, vielleicht nicht so toll, ist es nicht funktioniert, aber ich fand zum Beispiel, es war auch wieder toll, diese schwarze Nebenfigur, ich weiß leider auch nicht, wie er heißt, der hat, ähm, der kam sofort sympathisch rüber, man wusste auch alles sofort, der wurde dann engagiert, um sich um, äh, ähm, wie heißt der jetzt so mal, und Philipp sich mal hofft, mit der Mahoni zu kümmern, aber es war auch nicht zu viel, in einem anderen Film wäre es wieder gewesen, das wäre jetzt der beste Kumpel, der Freund, es wäre ein bisschen emotionaler vielleicht, oder halt noch mehr, dabei hat er nur einmal gesagt, am Ende, hör auf zu spielen, mehr war da nicht, das blieb auch so schön trocken, und nicht diese Klischees, ne, der Film hatte einfach, hatte alles, nur keine Klischees, das war das Tollste an dem, also er war so staubtrocken, wie er gespielt hat halt, ne, und, was war noch gut, ich weiß nicht, was mir noch einfallen würde, und lang finde ich auch nicht klar, ich glaube, wie gesagt, mit der Erwartung, dass man jetzt so einen Spielfilm, also einen Zockerfilm sieht, wie The Gambler oder andere, die jetzt auch spannend, mit den Kameraperspektiven, mit der Musik, und eben, dass man das Spiel an sich verfolgt, ähm, da irgendwie Spannung herausziehen, ist jetzt nicht gegeben, aber ich fand die Zähne perfekt, eben auch so dokumentarisch, und jede Länge, diese langen Szenen, diese langsamen, auch immer auf, gerade eben immer mit Philipp Simmer Hoffmann, wir sind ja eh immer, immer bei ihm, bei der Figur, ähm, die haben einfach gewirkt, die konnten, hätten von mir aus, gefühlt, zehn Minuten auf ihn drauf halten können, wie er da überlegt, oder schaut, also, ich weiß nicht, war richtig gut, also, da konnte man viel Empfehlung, auf jeden Fall, ein cooler Film, also, ich hatte vorher auch nie von dem gehört, und erst nachher kamen ja so coole Filme, mit Mission Impossible 3, wo den Bösewicht gespielt hat, eben dann Glaubensfrage, und, ähm, Kapoti, mit denen er gewonnen hat. Okay, also die Frau, äh, ich meine, das ist schon fantastisch, dass sie zu ihm hält, wobei ich schon auch den Eindruck habe, sie hat bestimmte Vorstellungen für die Beziehung, und so weiter, wie er das laufen soll, Zukunftsvorstellungen, und so weiter, und so weiter, das heißt, die Frau hat irgendwo ein Konzept, ja, will ein Nest bauen, so nach dem Motto, und so weiter, und, äh, vielleicht ist sie sogar glücklich, dass sie ihn jetzt ganz für sich hat, verstehst du, jetzt kann er ihr nicht mehr entwischen, jetzt hat sie, äh, die Oberhand so auf Deutsch gesagt, na, jetzt gehört er ihr, ne, so kann man es natürlich auch sehen, aber trotzdem, irgendwo fantastisch, dass die Frau irgendwo weiterhin, äh, zu ihm hält, und bei ihm bleibt, und so weiter, das muss man auch sehen, und dann, eins noch, im Laufe des Films, wird ja auch klar, dass er trotz seiner, ähm, ähm, ja, seiner Spielereien, und so weiter, äh, dem, dem Stress, den er hat, trotzdem soziale Kontakte, weiter auch führt, äh, ich meine, er nimmt die, er nimmt die Frau immerhin mit, ja, in sein Refugium, des Irsins, den er da hat, und, aber auch nicht nur die Frau, sondern vorher auch noch einen anderen Bekannten, der es mal richtig knallen lassen will, er nimmt ihn immerhin mit, ne, warum? Ich meine, er trifft sich auch mit anderen, er hängt dann zwar vor dem Fernsehen, liegt da auf dem Boden, und, und, äh, er spielt irgendwie, wie heißt das Spiel da, mit Kegeln da, ne, oder, äh, was das da war, ne, nicht Kegeln, äh, äh, weiß ich gar nicht mehr, der ist doch mit, mit der Frau und deren Eltern, mal in so einem Kegel, äh, Kegeln, stimmt, ja, Bohlen, genau, Bohlen, Und er geht dann und sie sagt, willst du nicht mal das Ergebnis wissen, und, äh, ist klar, er ist nicht ganz dabei, ne, klar, aber immerhin macht er diese Geschichten mit, verstehst du? Ich weiß nicht, wenn ich in so einer Situation wäre, würde ich wahrscheinlich sagen, nee, kein Buck drauf, ne, und, äh, das ist natürlich fadenscheinig, das war natürlich fadenscheinig, das ist klar, aber immerhin eine gewisse Motivationsschiene gehabt zu haben, äh, daran festzuhalten. Ich glaube aber nicht, dass das, ich weiß ja, ob das wirklich seine Motivationsschiene war, um die zu inszenieren oder zu zeigen, für mich war es eher, um noch mehr zu zeigen, dass auch selbst, wenn er mal was macht, gar nicht abgelenkt werden kann, immer daran denkt, und auch keinen Spaß, gut, er hat auch keinen Spaß am Spielen, kann man natürlich sagen und so, ne, aber gar kein Interesse hat, ob er, ob Gewinn verlieren, was natürlich auch nochmal ein Bild war, willst du nicht wissen, wie das Ergebnis ist, ne, weil das Ergebnis irgendwie auch beim Spiel nicht interessiert, man zockt quasi, hauptsache er kann spielen, aber ich weiß nicht, ob es dann gut ist, wenn ich sage, ja, ich komm mit, bin aber irgendwie eigentlich gar nicht da, dann ist es fast besser, den letzten Punkt, den ich noch erwähnen wollte, ist, also es ist interessant, wie unterschiedlich Filme Spannung erzeugen, Spannung aufbauen, und hier ist es so, dass wir als Zuschauer erstmal gar nicht wissen, was wir erwarten wollen, wir haben natürlich irgendwie, also ich hatte den Wunsch, dass der Typ jetzt richtig viel Kohle abzockt und superreich wird und alles gewinnt und so weiter, ja, das habe ich ihm schon gewünscht, ja, ist ja immer so, also das ist ja, gleichzeitig sagt der Verstand natürlich, das kann nicht passieren und irgendwann fliegt er auf und dann passiert aber immer wieder, dass es kurz davor ist, aber er doch nicht aufliegt, das heißt, diese Spannung, diese Spannung, was, einerseits weiß man, also, also es ist absolut naheliegend, was irgendwann passieren wird, aber trotzdem, obwohl wir das wissen, ja, als wäre es jetzt schon eigentlich in der Gegenwart passiert, weil so sicher ist das, wie das Arme in der Kirche, ist trotzdem die Spannung da und eine Art Hoffnung, dass es eben nicht so ist und das wird dadurch gefördert, dass am Anfang immer wieder er kurz davor ist, aufzufliegen, aber doch nicht auffliegt. Das heißt, wir als Zuschauer kommen jetzt in so eine Situation, ja, wie die Ratte, die wir ins Wasser werfen und kurz vor ihm ertrinken, retten, die dann plötzlich in der Lage ist, viel länger durchzuhalten beim nächsten Mal, und aufgrund dieser psychologischen Klamotte dann und so rutschen wir immer mehr so Schritt für Schritt da so rein und die Spannung lässt dadurch nicht nach, weil einerseits die Summen werden immer höher, es wird immer fantastischer, es ist eigentlich immer naheliegender, dass er aufliegen muss und trotzdem bleibt die Spannung erhalten, weil wir, obwohl wir das wissen und auch erwarten, trotzdem den Wunsch weiter haben, oh, jetzt, jetzt gewinnt er vielleicht so viel, dass er alles dort bezahlen kann und so weiter und so weiter und die Art, die Spannung innerhalb des Films so aufrecht zu halten, fand ich dann schon sehr interessant, dieses Muster. Ehrlich gesagt, finde ich, dass der Film überhaupt keine Spannung hat, richtig. Oha, echt? Also ich meine, und das ist auch gewollt, also weil gerade diese... Du bist kein Zocker, du bist kein Zocker, Alter, du bist kein Zocker. weil das daran liegt, wie ich das schon gesagt hatte vorher, dass er immer versucht, diese ganzen konsequenzlosen Dinge, die passieren und immer kurz angedeutet werden, aber auch nicht in die Länge gezogen werden, wie mit dem Geld am Flughafen, ich meine, das haben wir ja alles schon erwähnt und dass es immer alles so auf einem Level bleibt. Es passiert irgendwie nichts, aber es wird auch nicht guselt. Spannendste war vielleicht noch im Auto, wo das Geld da wegwirft, aber auch von der Inszenierung vielleicht her, es ist alles immer trocken, als würde er wollen, dass ihm die das Geld abnehmen oder so ungefähr. Egal, Moment, wir haben jetzt genug gelabert, glaube ich. Ja, okay. Da haben wir wenigstens einen Punkt, wo wir nicht übereinstimmen, aber ist ja auch egal. Welchen Film wollen wir als nächstes gucken? Todesstille eventuell. Todesstille finde ich super. Wie gesagt, den würde ich gerne wiedersehen, habe ich vor langem gesehen, perfekter Film. Das können wir gerne machen, machen wir das nächste Mal. Dann danke an die Zuhörer, danke Ralf, bis bald, bye. Alles klar, bye.